Hallo zusammen, ich bin Marc, als Logistiker bei DalePro im Bereich Versand, Logistik und Facility Management tätig. Ich arbeite gerne strukturiert und setze grossen Werte auf fleischgerechte Erledigungen von meinen Arbeiten. Ich schätze auch sehr meine abwechslungsreichen Tätigkeiten in der Logistik. Ich interessiere mich auch privat für Elektronik und Technik und hier bei DalePro bin ich in einem spannenden Umfeld, wo sich Elektronik und Pharma-Branchen miteinander verbinden. Bis zum nächsten Mal.